Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Nekonia mit einer neuen Folge Dragon Quest. Nachdem wir in der letzten Episode ein paar Nebenquests erledigt haben und einige neue Items erhalten haben, sind wir weitergegangen in den Horrorhorst, wo ein Greifvogel oder generell ein Vogel, der sich allerlei Sachen klaut, die funkeln, eine Perle geklaut haben soll. Und auch unser Zweig reagiert hier und sagt, dass hier eine Perle sein soll. Deswegen sind wir mal gespannt, was wir hier finden. Genau, wir gehen jetzt, wie gesagt, in den Horrorhorst, wo uns eigentlich gewarnt wird, dass man da nicht reingehen soll, da böse Munsterchen sind. Also ich hatte was Düsteres bisher erwartet, aber das liegt ja noch alles hier. Noch ist alles sehr hell, aber wir gehen jetzt erst richtig rein. Nein, guck, Gefahr nicht ohne guten Grund betreten. Ich denke mal, den Grund haben wir hier. Aber einen guten Grund! Die Welt zu retten, ist, denke ich mal, ein guter Grund, um reinzuliehen. Ja, glaube ich schon. Na, dann schauen wir uns mal um. Oh, neue von den Kryptowahlen. Die kommen alle weg. Okay, die hauen schon alle ab hier. Alle haben es bei uns. Oh, ein Funkepunkt. Es ist nicht andersrum. Die Munster laufen von uns an. Ja, meine Rüstung erschreckt die Haltung. Die wollen sich gar nicht mehr mit einem anlegen. Jetzt kommt der Lichtspringer. Nehmt Reis aus. Oh mein Gott, weg. Wird die alle abgehauen? Okay, da oben schwirrt schon ein Vögelchen. Oh, man sieht auch ein Vogelnest. Guck, der ist auch einer. Aber das ist natürlich nicht mehr Vogel, sondern nur ein weiterer Gegner. Man sieht, dass hier mehrere Vogelnester schon angebracht oder gebaut sind. Ich würde mal behaupten, dass das Vogelnester sind. Und Wasser fahren. Ich würde da so ein Glitzerkühlen noch mal. Und durch den kann man immer ein bisschen höher springen. Ob wir für den Wegverlauf den brauchen oder so ein Funkelfleck oder so. Je nachdem ist dann bestimmt noch mit. Bisher sehe ich nichts, wo man sich höher. Da oben könnte man hoch springen. Ne, glaube ich nicht, weil sie super zackt. Da hinten, hier rechts, könnte man hoch. Je nachdem. Da kann ich so hoch springen. Vielleicht nicht eine Funkel ist aber. Oder auch, ne, ich dachte hier am Ende des Wasserfalls wäre ein Funkelfleck. Und da ist das Reittier wieder. Und da ist das Reittier wieder. Und da ist der Heul rein. Es ist so schön, es ist bisher alles schön gehalten. Ich dachte, es wird düster gemacht. Ich hätte jetzt so einen düsteren Wald oder so. Ho, 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 ist keine Ahnung. Ich bin auch erwartet, aber es ist ja grün und da sieht alles ja noch ganz... Ups. Ach, das ist aber das Reittier, ich wollte gerade sagen, ich wollte das Glitzer-Reittier-Vend treffen. Da haben wir mit unserem Sturz in das Monster noch Glück gehabt. Und das ist genau der Grund, warum ich die nicht angreife, weil die eh viel zu schwach uns gegenüber sind. Ja, manchmal machst du es ja, um die in den Katalog aufzunehmen. Ja, aber die kennen wir doch alle. Ja. Da war bisher nichts Neues dabei. Keine Spuren, um hier rückzukommen. Ich habe jetzt gedacht, um da zu der Ruhe zu kommen. Ja. Vielleicht muss man von oben weiter runter wieder. Ja, oder ich muss von hinten das Ei da mitnehmen, wenn das geht. Was ist der denn da? Nee. Ich finde, hier ist auch gerade komisch. Kommt auch nirgendwo hoch. Hier. Ah, hier ist er. Hier klettert er. Ich kann es sagen. Da müssen die Spuren fehlen sein. Jetzt geht es auf jeden Fall wieder weiter hoch. Ich glaube, für die Truhe da brauche ich doch das Ei. Ich muss noch nicht hier die Truhe zurück. Was ist denn da runter dann? Jetzt in der Höhle. In der Nähe vom Lagerplatz. Hier runter kommt man vielleicht. Guck, da ist auch noch. Ja, aber das ist ja hier unten beim Lagerplatz. Steigt mal. Ja, warum soll ich da runter gehen? Weil ich gehe doch nicht zum Lagerplatz zurück. Dann kann man da ne Verbindung nicht machen. Dann kann man schnell da hoch. Dann kann man schnell mal da hingehen. Das ist auf jeden Fall auch ne Kiste. Über Sachen unter Strom. Ein Anhaltungsbuch. Dann werden wir Blitzstab und Blitzlanze. Okay. Das hat sich auch super gelohnt. Aber die Blitzlanze haben wir doch schon, oder? Ja, die haben wir auch gleich mal gezickert. Ne, Blitzlanze, ja. Ja, Jade hat die hier bei dem Stab. Da glaube ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall können wir sie jetzt schmieden. Ich gehe nochmal runter um das Ei zu holen. Da war noch viel. Ne, ich glaube das Ei. Ich will die Truhe haben. Also ich fühle das einzige was da hin. Ne, das war gerade ein Ausrufezeichen da. Scheiße, du könntest, hättest dich da abseilen lassen. Ja, ich will mich aber nicht abseilen. Ich kann mich auch einfach runterschmeißen. Ich will jetzt nur das Ei holen, damit ich an die Kiste dran komme. Das dauert dann nicht in irgendeiner Zwischensequenz, wenn ich da in drei Sekunden runterspringen kann. Scheint halt der Grund zu sein, dass man das Ei bekommt, damit man der Luten hochkommt. Krötenöl! Auf den Eiborg! Der kann hoffentlich bis nach der hinten. Okay, wie hoch der springt. Vielleicht kommt das ja auch hoch. So viel zum Eiborg. Ach, da muss ein bisschen Schwung gehen. Ich bleib einfach wenigstens mal an der Ecke da hängen. Mini-Medaille! Mini-Medaille! So, das ist auf jeden Fall schon mal hier vorne für die Mini-Medaille und gucken, da müsste er hier runterkommen, sag ich doch. Weil der kommt hier hoch. Uiuiuiuui! 100.000 Goldmünzen! Großverdiener! Oho! Wir haben schon 100.000 Goldmünzen angesammelt mittlerweile! Insgesamt! Das ist nicht eine Millionen? Eine Millionen! Ich hab grad nicht aufgetauscht, aber... Genau da kommt das Ei, da nehme ich nicht hoch. Wir müssen jetzt weiter mit dem Hund. Das wird ja angezeigt, aber wir können da ja nicht hochgehen. Was ist denn eigentlich? Ich weiß nicht. Sechs Beine, deswegen weiß ich jetzt nicht, ich kann es ja nicht eine Spinne, aber es sieht aus wie so ein Reithund oder... Dämonenreiter oder so. Kreuzen zwischen Hund und Spinne rein. Gehen wir doch mal weiter. Deswegen frage ich mich, wozu man da in Mandala in dem Gemälde so ein Reithier bekommen hat, weil da war ja nicht so viel man das verwenden. Einfach nur, um schneller voranzukommen. Interessant. Man kann nur da, ich glaube, man kann hier irgendwie aufbiegen. Den kennen wir auch schon, wieder ein Reithier. Ach, der läuft doch schon vor uns weg und weil er so breit ist und uns den Weg versperrt, wir wollten dich doch gar nicht angreifen. Du durftest in Ruhe weglaufen. Ja, aber wenn du da bist, dann halte mich. Genau, dann gib uns halt deine 400 XP und 98 Gold. Wir wollten da hinten, nämlich hier. Nur hier zu dem Erzspot. Platin Gold. Oh, ein Purpurnes Klein. Oh, yippie! Wir haben nämlich teuer, wir haben gelernt, dass man die in der Akademie kaufen kann. Ja, die verkaufen dort alle Farben. Wir haben Tausende. Was nicht gerade günstig ist. Okay, rechts und links gibt es die Wege. Dann gehen wir beide Wege, wie immer. Wer weiß, was man hier sonst vergisst. Obwohl, da schwimmt man runter, das gefällt mir nicht. Da komm ich ja nicht mehr hoch. Oder wahrscheinlich doch mit diesem Reittier, aber... Erstmal gucken, was... Machen wir hier die Felsen nicht irgendwo hoch noch da oben? Hier links? Nee, links und geht nicht wo rechts. Ja, weil der hier... Da ist er, sieht er so verbunden aus. Ja, das ist immer nicht der an der Seite. Guck mal, dann bitte. Hier? Nee. Das ist ja eine genau andere Seite. Oh, hier ist ja nur dieser Kristall. Da kann man erstmal nicht hoch. Ja. Ich laufe jetzt einfach erstmal hier den Gang lang. Ich weiß nicht, also man muss sich bei beiden runter schmeißen. Ist das dann verbunden? Mhm. Ja. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal hier runter und gucken. Also wir kommen ja hier mit dem... Das ist halt nur die Frage von welchem Mal. Ja, wir kommen ja hiermit wieder hoch. Ja, stimmt. Von dem kommst du halt nur mit dem Tier da hoch. Ach guck mal, ist das jetzt doch nicht? Was? Ich denke mal, diese Fußspuren sind da. Dann ist das doch nicht. Ich weiß voll die Halle was her. Du denkst auch der Eric reitet hier auf so einem Meer, wenn er da gar nicht drauf sitzt. Ähm... Ein Wasserfall. Jetzt erstmal... Da ist auch schon wieder dieser... Ja. Ist da auch schon wieder so ein Seil zum Runterlassen da an der Ecke? Auf jeden Fall ist da so ein Baum. Ich glaube ja. Und da vorne ist ja auch Condor-Klippe. Ja. Aber wir gehen jetzt erstmal gucken, was wir hier verpasst haben. Wenn wir hierher laufen auf jeden Fall in Funkeli-Fleck. Flatterfeder. Monster, Qualer, Tier zum Reiten. Da wären wir runtergekommen. Hm. Noch mal eine Rolle zu. Ich bin aus Versehen in die... Glibis. Glibis. Glibis-Qualle gelaufen. Schleim-Qualle. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Verfehlt! Was ist das denn? Verfehlt! Du Oberglibber! Nein, beim Eric bleibt immer. Der Greifenvogel hält anscheinend ein bisschen was aus. Die haben wir auch schon aus der Luft gepickt. Hihi! Ah, das ist da unten jetzt wieder am Fluss. Okay, da müssen wir jetzt nicht hin. Da könnte man abgekürzt runter springen. Und die Abkürzung haben wir da hinten ja schon freigeschaltet. Ich finde es interessant, dass man alles so wieder verbinden kann. Mal schauen, ob man da nochmal hin muss dann. Moment, hier ist es dann egal. Vielleicht ja, damit man schneller zu diesem Funkelpunkt da kommt. Ah, da ist auch noch eine Kiste hinter dem Wasserfall. Noch mal im Anleitungsbuch. Verbesserte Vogelfüße. Okay. Was lernen wir denn da? Ein paar Krähenkrallen. Ja, ein paar Krähenkrallen. Du bist schon so verwöhnt, dass wir immer zehn Sachen auf einmal kriegen. Genau, es war diesmal nur eine Sache. Wir haben aber nur Krähenkrallen. Okay, ich muss mein Reit hier leider zurücklassen. Ja, das geht ja nicht mehr mit hoch. Da steht auch eine Scherztruhe direkt nochmal für uns. Und da hinten auch. Da ist bestimmt die Perle drin, ne? Wie die einfach ohne Kampf, da bin ich. Ne, ganz sicher. Die werden uns doch hauptsächlich hier zu sehen. Da denk ich mir jetzt an Krähen. Juhu! Und wir haben einfach weiter vor. Das ist der Hauptvogel. Ah! Was habt ihr Menschen hier verloren? Glaubt ihr, ihr könnt mein Nest ausnehmend euch, mein Schatzkrallen? Ich werde dich zeigen! Ah! Puh! Ich hätte jetzt mit einem fetten Vogel gerechnet. Das ist doch lächerlich hier. Wenn man denkt, was wir eben da für ein Gemälde abgemacht haben. Seid ihr Vögelchen noch gar nichts dagegen? Ah! Deine gefiederten Freunde habe ich schon mal plattgemacht. Ich hab doch irgendwie, ich sag eher, oder wie viel er aushält. Naja, einige scheint er ja noch auszuhalten! Stärk hat ja nichts mit Größe zu tun an sich. Ha! Aber wir waren, wie gesagt, gut dabei. Und ist der nicht gewachsen, das ist bestimmt einfach nur so ein bisschen Gegner. Oh, 4.900! 4.900! Es scheint aber, wie gesagt, gute Punkte zu geben. Das ist bestimmt ein Future-Greif-Vogel, den wir irgendwann mal ganz easy erledigen können. Hallo! Hier ist die Silberne Kugel! Ja, da sind wir sehr dankbar. Jaaa! Endlich haben wir die Silberne Kugel in den Händen bekommen. Ich hätte gedacht, dass wir sie hier oben finden würden. Aber wo dich nicht auf deinen Lorbeeren aus, Nico? Wir müssen die Suche fortsetzen, bis wir alle 6 Kugeln gefunden haben. Ja, wir haben jetzt 4. Wir haben jetzt 4. Wir haben die rote, die grüne von der Meerjungfrau. Wir hatten 2 und haben jetzt 2, genau. 4 haben wir jetzt. Und die gelbe von Bodo. Und da haben wir jetzt die graue hier drin gefunden. Die Silberne. Äh, die Silberne. Gut, aber die war jetzt ja relativ giesig. Ja, so schwer war das jetzt wirklich nicht dem Vogel die wegzunehmen. Okay, dann machen wir erstmal einen Cut und schauen mal, wo wir das nächste Mal hingehen, um eine weitere Perle zu suchen. Genau. Macht's gut, ihr Leben. Macht's gut. Vielen Dank.